Ja, jetzt komme ich eigentlich, das ist eigentlich eine Fortsetzung von dem vorigen Video über die Grünen, über Michaela Hu steht, dass ich mich jetzt mit dem aktuellen Netzwerk beschäftigt habe und dann kam mir mal so eine Idee, ich wollte mir das doch mal alles mal zu Gemüte ziehen, wie sind die Grünen eigentlich wirklich gegründet worden oder die Zeit von Joschka Fischer, da hat man ja noch einige Sachen im Hinterkopf, RAF und solche Sachen, aber das ist einem ja nach dieser langen Zeit gar nicht mehr geläufig, weil das war ja praktisch noch knapp vor der Gründung der Grünen. Ja, und da bin ich eigentlich auf interessante Sachen gestoßen und zwar es ist ja Joschka Fischer, der hat der RAF ja sehr, sehr sympathisiert und die haben ja diese ganzen Schlägereien und diese Aufstände ja eigentlich im Endeffekt aufgeführt als Bahrer-Meinhof, als die sich da umgebracht haben, weil sie ja, naja, damit nicht einverstanden wurden, wie schlecht die da behandelt wurden oder so. So was in der Art. Nun muss man sich ja erstmal reinziehen, ich wusste ja eigentlich ja gar nicht, gar nicht mehr so im Kopf, da waren wir auch noch zu jung für, um sich dafür zu interessieren, warum das eigentlich so losgegangen ist. Und das hängt ja mit dem Attentat auf diesem Helmut-Mark-Wort zusammen, den sie ja damals, das ist ein Frankfurter Politiker, das müsste jetzt ja ungefähr 40 Jahre her sein, den sie ja im Schlaf in seinem Haus, der ist ja von Linksextremisten, der ist ja erschossen worden. Und dann ging ja Bekender und Beleidigungsbriefe rein und die haben sich ja dann im Endeffekt auch so ein bisschen lustig gemacht darüber, dass er erschossen wurde. Es tat dieser Szene ja nicht besonders leid. Es sollte zwar nicht ganz passieren, aber nur ist es passiert und das ist ja im Endeffekt auch nicht so schade. Also wir begrüßen es, dass es so gekommen ist. Naja und dann geht es ja darum, dass Joschka Fischer ja sehr aktiv gewesen ist, die haben ja in so einem Haus gewohnt und da hat ja ein Hans-Joachim Klein an seinem Auto rumgebastelt und angeblich soll diese Tatwaffe ja in seinem Auto transportiert worden sein. Dann ging die Gerüchte rum. Erwiesen werden konnte es nicht, weil er sagte ja, also ich habe damit nichts zu tun, ich verleihe mein Auto ja oft. Naja und dieser Klein, der ja angeblich diese Waffe transportiert haben könnte oder sollte zu dem Zeitpunkt, die Polizei war damals noch nicht ganz so helle, dass sie das alles so aufklären konnte. Der wurde später als Mitglied der revolutionären Zellen und als Mittäter des OPEC-Attentats in Wien enttarnt. Wie gesagt, und ist auch dafür verurteilt worden. Und später wurde ja praktisch Joschka Fischer vier Wochen lang abgehört, ob die da irgendwie was rausziehen können, wer hinter diesen Linksextremen stecken könnte. Und in der Nacht zum Samstag, in der Samstagnacht am 6. März 83 wurden die Tonbänder abgestellt, weil dann ja feststand, dass Fischer in den Bundestag gewählt wurde. Und dann hat er ja Immunität, dann haben sie das ja abgestellt. Und dann gibt es noch eine, was ja noch unglaublicher ist und das hängt auch mit dem vorigen Video zusammen, mit dem Neon-Marxismus. Dann gibt es eine RAF-nahe Frankfurterin, die heißt Brigitte Heinrich. Die wurde wegen Waffenschmuggels zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und wurde anschließend für die Grünen, haben sie ihren Listenplatz als Nummer zwei gegeben und ist im Europaparlament in Brüssel gelandet. Und diese zwieligte Frau war nicht nur im Frankfurter Untergrund aktiv und in einem deutsch-italienischen Anarchisten-Netzwerk, sondern ließ sich auch von der Stasi als Agentin von ihrem Lebenspartner anwerben. Sie hat also praktisch Informationen und Unterlagen aus der EU in die DDR geleitet und sie wurde unter dem Namen Beate Schäfer angeheuert. Und dafür haben die dann das eine Mal kleinere Beträge bekommen und das eine Mal dann 70.000. Also das muss man sich mal, das muss man sich mal reinstellen und dann wollten sie der Frau ja auch nochmal auf dem Zahn fühlen und das hat sich ja dann erledigt, weil sie am 9.05.76 mit einem Herzinfarkt praktisch gestorben ist. Ja und was ja auch interessant ist, als diese ganzen Sachen gegen Joschka Fischer liefen, da ist ja dieser Cohn Bandit ihm zur Seite gesprungen oder diesen Leuten. Und Cohn Bandit, wie wir ja alle wissen, ist ja dieser Mann von den Grünen, der ja Kinderpädophilie und wenn Kinder am Hosenstall spielen, dass sie ja nur so eine, naja wollen wir mal sagen, so eine Vision von ihm war, spielen würden, das gut findet. Ja, daraus haben sich dann praktisch diese Grünen gegründet und da waren dann noch zwei weitere Frauen, die auch mit diesen Zellen in Verbindung gebracht wurden und die haben dann von den Grünen auch ein Mandat bekommen, dann haben sie ja Immunität gehabt. Also mit solchen Leuten haben wir das zu tun gehabt, in den Grünen, die ja total versetzt sind, durchsetzt sind mit diesen Ansichten. Und wie gesagt, und daraus haben sich jetzt ja diese anderen Grünen gegründet und jetzt diese aktuellen, die wir haben, die ja natürlich ihr System völlig umgekrempelt haben von der Radikalität, zu dieser Einschlummerei, dass sie vortäuschen, sie wollen den Deutschen was Gutes tun. Nein, wir Deutschen, die nicht so denken wie die Grünen und das nicht wollen, wir sind Feinde für die Grünen. Habeck hat ja auch gesagt, Deutschland geht mir am Arsch vorbei im Endeffekt, Vaterlandsliebe fand er immer zu kotzen, das meint er auch so. Also wir haben es mit ganz gefährlichen Leuten zu tun hier und die treiben die ganzen anderen Parteien, die nächste Partei, die da mitspielt, ist die SPD, die denen nahesteht und die treiben die anderen Parteien vor sich her. Und weil die Bürger dann sich auf diesen Zug einlassen, müssen die immer mit einschwenken. Und jetzt sehen wir, was dabei rauskommt und jetzt geht der Zug aber richtig, richtig downtown in Deutschland. Also wir haben es mit ganz, ganz fürchterlichen Leuten zu tun und Joschka Fischer und die, die hatten damals für den Staat nichts über das Ponto und diese Leute ermordet worden, haben sie gesagt, ja, das ist ja nicht so besonders schlimm. Ist zwar nicht gut, naja, gejubelt haben sie noch nicht direkt, aber macht auch nichts, wenn man die wegputzen tut. Ja, mit solchen Leuten haben wir es zu tun und die haben natürlich dann erkannt, in der Politik kann man gutes Geld verdienen und dann sind die ja darauf eingeschwitten. Und Joschka Fischer hat sich auch zu was gebracht jetzt, das kann man ja sehen, durch sein Vermögen und wo er überall gelandet ist. Also totale Wendehälse. Und wie gesagt, alles läuft über die DDR mit zusammen, genau wie die Michaele Huchstedt da ausgebildet wurde über die DDR. Also wir haben es mit den Grünen, mit brandgefährlichen Leuten für Deutschland zu tun. Das ist viel schlimmer, als wie ich bis jetzt gedacht habe.